hallo mein graf freunde ja wir haben es geschafft das hier ist leer viele male viele male mussten wir hier rein sehr viele male ja aber wir haben es geschafft viele unserer sachen sind auch die sport ein paar sachen haben wir immer mal wieder aufgehoben wie zb hier dieses thermometer teile unserer rüstungen aber eben nicht alles was sehr schade ist wir haben uns überlegt wir bringen erst mal die sachen die wir gekriegt haben und das war gar nicht mal so schlecht wenn ich mir die rüstungssachen so angucke dass einiges gespawnt hier also gefallen und das wollen wir erst mal sicherheit bringen bevor wir da weitermachen und ich hoffe in der zwischenzeit schon wieder irgendwelche wir landen ja immer woanders hier gut dann nach hause wobei wir können sie ja teleportieren genau hierzu genau so dann bringen wir das erstmal sicher ich packe die rüstung erstmal hinten bei mir rein ja ansonsten verstopft nur das im system aber von den anderen sachen können wir hier was rein setzen da das zeug jetzt habe ich mich schön brav da oben hingemacht ja nicht schon wieder abgestürzt oder was nicht im ernst doch wieso passiert das heute keine ahnung was kann man ist doch sonst ist doch sonst nie passiert du hast kaputt gemacht du musst bezahlen ich mag aber nie bezahlen ich habe kein geld das brauchen sie alle der köpfe haben wir auch nicht alle aufsammeln können die wir da verloren haben das wollte ich mitnehmen das behalten wir auch bei uns gut das wäre nämlich alles weg gewesen weil teilweise ist wirklich die sport das ist gar nicht mehr wiedergekommen das haben wir nicht wieder gekriegt also es war schon echt heftig aber damit kann ich leben es hat sich auf jeden fall gelohnt die eisenrüstung die habe ich da oben in die ruhe gleich geschmissen weil das ist auch dort gefallen das wollte ich nicht mitnehmen das so wichtig ist es nicht darf ich wie weit bist du gleich immer wieder wohl immer wieder ruhig ich komme auch ja 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 da 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 ist da wie auf geht's kommt ob ich sie haben bei mir steht noch noch gehen immer wieder wohl also ich gehe schon mal hoch zum portal was was ich muss ich bin überfordert hier alles rein schmeißen bronze ja die die wir uns gebaut hatten ja dann gab es ein habe ich immer noch ein hinter mir die tür zu machen nicht vor mir weg hier muss auch mal zweispurig ausgebaut werden ja dann komm auf geht's das wollte ich doch hier lassen wieso bist du jetzt soweit ja wie ein weib tschuldigung ich muss mich noch schnell schminken oh sind in der zwischenzeit keine gespawnt wo bist du meter ich bin bei der tür ich sehe dich nicht das ist schön das macht nichts ich glaube wir mussten siehst du mich ja ja glaube wir mussten in diese richtung dann gehst du am besten vor weil ich sehe dich du mich nicht und der ist vielleicht vorteilhaft wenn man hinter dir herlaufen du nicht hinter mir ja könnte dir nicht hinterherlaufen ich glaube wir sind dann hier abgebogen ich weiß es nicht sind aber nur vermutungen dich anstellen momentan okay hast du es nicht auf der map irgendwie mini ich bin alter man nicht gerade so schnell wie gesagt ich sehe dich nicht ja jetzt bin ich bei dir okay im nether habe ich keine wegpunkte mehr wahrscheinlich weil ich das ding resettet habe also das modpack ja ganz schlecht so jetzt du mein mythos davon ja das gefühl habe ich auch aber ich komme näher ich komme näher ja weil ich gerade angehalten habe jetzt bin ich an dir vorbeigeschossen wäre okay direkt in die lava rein okay wo waren wir jetzt sind x war das ganze warte mal sind durch von hier aus noch nichts ich hatte hier doch mal da hinten schaut das so aus da oben du sagst da oben ich sehe dich nicht mal sagt nicht da oben ein bisschen nach rechts noch und nach oben gucken guck mal ein bisschen nach oben nein jetzt drehe ich nach links muss nicht so weit nach oben gucken du siehst doch da hinten nur die lava da runter läuft dieser strahl ja ja da ist es von da aus noch ein bisschen nach rechts bin ich so dass in die ecke da rein guckst sogar zwischendurch also du guckst in die falsche richtung habe ich das gefühl das ist erst mal da hoch so siehst du mich nicht ich weiß nicht und wenn vielleicht richtig so cp nein nein ich bin auf dem weg nach oben dachte ich mir ich bin jetzt auch erst mal auf dem weg nach oben ich baue erst mal so ein aufstieg hier ich sehe die steine fallen das ist sehr schön so direkt da in die spitzhacke reingerannt moment ich rekonferenz noch mal ich bin oben nein das ist keine netherburg jetzt sehe ich jetzt siehst du mich ja ich habe neu die ist aber keine netherburg das sah nur so aus vom weiten aber hier war irgendwann mal eine ja irgendwo in der nähe ja irgendwo hier war eine das weiß ich noch also ich sehe hier keine ich hätte mir vielleicht auch einen hohen punkt beim portal setzen sollen äh stimmt habe ich glaube ich auch nicht ne dann gehen wir doch nochmal aber ähm ich gehe einfach nach meinem todespunkt ja das stimmt das sollte eigentlich funktionieren oh der will der will böses au der kann auch böses alter falter der hat ja mal abgezogen hier ja das gewalt kann ich jetzt natürlich nicht wir hatten doch irgendwo sind wir mal links abgebogen so viel weiß ich noch ja irgendwo wo bist denn du jetzt bestimmt ich würde sagen wir suchen nochmal aber erstmal muss ich dich finden ich bin hinter dir die ganze zeit da so ich würde sagen wir müssen nochmal auf die suche gehen vielleicht sind wir auch nein eine andere kommt gehen wir dahin gehen wir diese richtung immer noch auf uns es wäre ein bisschen blöd einen gut zu sein gut 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 das der ist ein bisschen größer als ich dachte versuchen wir da hochzukommen hier ihr könnt es gehen ohne ein stein abzubauen wir haben der umwelt nicht geschadet genau irgendwo hört eine spinne und ich sehe auch eine hinter dir hinter dir hinter dir und was für eine große die teilen sich doch immer ja die saß fast auf deinem arm okay es ist auch noch so ein boss ding ja und ich krieg das netz nicht weg aber der lange wird die nicht durchhalten gib mir was schönes und was hast du gasträne der cool total protection 2 die schuhe das ist nichts gasträne die werfen doch gar keine gasträne so schauen wir mal hier was hier noch alles kommt ein paar zombie pigments ein bisschen feuer lava wollen wir uns da runter wagen ja ja mehr sterben können wir nicht sind jetzt schon so viel gestorben ja durch das portal wer hat sich denn die mod vernünftig heilen wer hat sich denn die modpack erstellerin das gedacht ja keine ahnung erstellerin ist das eine frau gewesen ich glaube schon so habe ich jedenfalls mal gelesen weil viele bietet mal interessieren hier ist doch das haben wir alles schon was haben wir alles schon da kann man natürlich wahrscheinlich da hin natürlich laufe ich jetzt auf dem so sind der mich extrem bremst und ich laufe natürlich auch im feuer das haben wir alles schon ja mach ich auch ein gast 9 moment wird lasst den quatsch nicht auf mich auf mädels auf mädels auf mädels das hängt das ding hängt fest da irgendwie jetzt nicht mehr cool jetzt hast du gasträne oder zwei stück so okay wir wollen weiter wo müssen wir lang laufen gerade aus hier irgendwann werden wir schon was finden oder ja auch wenn es nur den tod ist hoffe ich zumindest ich würde sagen wir gehen nach oben wir hatten uns ein bisschen oben weil das sehen wir von oben sieht mal mehr glaube ich ich sehe schon wieder ein gast auf dem minimap okay und ich hören ja ich höre auch und bist du denn hingelaufen wo bist du denn hingelaufen hier ich wollte darum wollen wir darum oder was keine ahnung komm mit wir gehen darum ist besser okay das sind schon zwei hat immer nein oder ich höre den gast einfach nur das ist immer vor weiten so aus ja ich habe da irgendwie von weiten immer so so komischen nebel vielleicht kann ich das irgendwie moment mal ich will mal gucken ob ich das optionen grafik einstellungen ehrlichkeit erstmal hell machen wir erstmal ja da geht ja noch was dann weit normal gering winzig bald es geht nicht mehr ja wäre vielleicht gar nicht so verkehrt so ok heller haben was aber das ist auch schon alles da hinten ist eine riesen spinne die ju lassen wir besser hast du diesen staubsauger dabei ist klar sagst du die auch mit einem staub so rein ich habe das schon mal gesehen ich finde ich finde ich finde das ist tierquälerei das ist das denn höllischer bienenstock moment mal das können wir damit nicht gehauen wir haben schon aber es ist dann halt kaputt ja das ist das gast 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 mit uns geht er weg geht er weg geht er weg wenn ich könnte ich brenne da hinten ist er und hier scheiß fledermaus man für diesen begriff das war keine absicht so wenigstens habe ich feuer protection bei mir drauf so kann ich wenigstens nicht angezunden werden ok gast fliegt weg ich glaube auf diesem wege hier kommen wir nicht weiter okay das nächste mal die spinnen bei mir daheim auch so schwer die argen jetzt bin ich mir gerade an die derz geht nicht das ist ja auch man nicht schon wieder alter feiler so kriegst du zurückkehre ich habe ihn getroffen das war ich nein das war ich das war ich das kann man genau meine aufnahme sehen das kann man in meiner aufsehen ja ja so ok welche richtung wollten wir weiter süden da wollen willst müssen wir uns halt drüber bauen ja wer ganz gut bei den ganzen gast nee wir machen das anders wir machen das anders wir gehen hier rein wir können auch hier rüber und können auch erst mehr östlich gehen da drüben ist es dann einfacher rüber zu kommen hier geht's doch komm hier durch hier sollte es gehen ok ich lasse dich nach unten fallen nein nein ich habe nicht vor nach unten zu fallen aber ich hatte ein bisschen abstand für das hat man sich das hat meistens nicht vor jetzt darüber noch so ich mache hier mal wieder dicht damit man da nicht runter fällt so geht es da noch weiter geht es nicht das heißt wir müssen jetzt bauen und ich würde sagen wir gehen so ein bisschen hier rüber das mal von dort aus rüber bauen genau ich habe natürlich auch fast keine steinchen dabei das wird richtig gefährlich weil ich wundermeister ich habe nicht vorunter zu wollen habe ich echt nicht schüfft ok hier ist eine fledermaus so ich sehe sie nämlich auf der mini map so ich hole mir mal hier noch ein bisschen anderer stein so über mir muss auch weg so aber ich fürchte hier wenn man nicht mehr drüber herkommen oder doch da geht's raus ok so wirst du gerade beschossen warum macht sehr viel spaß wer ist da nicht gekommen so jetzt will ich erst mal schauen ich wollte eigentlich ein bisschen sicherer machen aber der gas hat es dann doch ein bisschen verhindert so bist du nach unten gesprungen ja so und ich sollte erst mal essen wie viel essen hast du noch 24 also ich habe auch nicht mehr viel wir werden wohl zurück müssen wenn wir keine burg jetzt finden wir können uns ja dann hier einen wegpunkt erstellen oder hast du noch zufällig den alten wegpunkt von der burg nein habe ich nicht ich habe hier nur ein todespunkt genau wie bei mir ein bisschen blöd ne sehr weit werden wir nicht kommen glaube ich wir werden vorher verhungern blödes wie ich gehen wir dann da am besten lang ja würde ich auch sagen hier so da da kann man zwischendurch michelaber finde ich auch gut aber irgendwo muss doch so ein timer wieder kommen sondern ich weiß eigentlich vielleicht hat er ja mal noch eine speicherung von oder war der überhaupt dabei ich weiß nicht ich bin 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 24 28 viele 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 oh nein nein einer davon hat meine ich mein schwert oder nehmen ich werde es kaputt ich werde es kaputt hier werden wir nicht mehr überleben meins ist auch nur noch die hälfte haltbar ich würde sagen wir machen uns heim tut mir leid liebe zuschauer aber so können wir hier nicht überleben ich will noch bis vorne an die da aber da hilfe ich bin wunder geworden okay das war so nicht geplant ich würde sagen wir machen uns hier in waypoint wegpunkt nein neuen hier her nein hier suchen so genau so nenne ich das hier suchen so und so leid ist das teleportieren kann ich nicht ich auch nicht wieso 19 61 warte mal normal sollte das eigentlich gehen eigentlich ich weiß nicht warum es nicht geht das wärmer raus hinten irgendwie pp 19 18 61 mir fällt gerade so ein ich habe die bilder noch drin und nein 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 was denn ich weiß nicht wo ich hingeportet bin ich habe mich mal freudig dir nach teleportiert genau jetzt sagt bitte nicht wir sind unter dem labasee vielleicht vermutlich möglicherweise wo bist du denn das stimmt doch alles gar nicht warte mal ich glaube ich glaube ich weiß was der fehler war moment der fehler habe ich schon mal gemacht wegpunkte x 61 hoch 1961 8 hätte ich geportet werden müssen 1961 8 so wäre es richtig gewesen nein wäre es auch nicht nicht dann lass uns wenigstens aber es ist zumindest es ist sehr nah hier hier lang hier lang glaube ich denke ich ja 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 wir kommen nach hause und freunde so was heißt freunde sind böse menschen nein nein keiner hier und meine zuschauer sind ja jetzt gar nichts sorry wieso weil da war ein bild ich habe auf die tastenkombination weil ich die koordinaten da sind die zahlen bei mir drin liebe zuschauer ist wirklich schrecklich wir sind halt alles nur menschen in der hitze des gefechts die bastelregierung nehmen wir mit die lassen wir nicht aber auch mal das zauberungs buch und die miniatur herzen mitgenommen ok bringen uns die köpfe irgendwas ich habe keine ahnung close-down ist auch noch da ist auch schön warte mal also alles mitnehmen was schönes vielleicht ich habe da so eine saublöde idee ich habe sie gerade auch so viele spinnen auf dem minimap wie viele spinnenfäden hast du 15 ich rede von den weißen den weißen keine nahrung ich habe da so eine ganz blöde idee die vielleicht sogar klappen könnte und zwar hier alles vor der spinnenweben also diese fäden dass sie hier vielleicht gar nicht mehr dadurch das bauen können die hier kann man nicht legen das funktioniert nicht ich kann mal kurz in der normalen welt das problem ist halt wir haben hier auch schon blöcke sind da könnte ja nicht spornen oder deswegen hatten wir doch hier hafs lips im gesetzt ja aber wo schon blöcke sind dort können sie doch nicht spornen ist so meine theorie und ich bin spinnenfaden sollte eigentlich als block gelten oder wir können zwar durch bewegen aber spawnen sollte dort nichts moment ich habe ja mein da haben wir noch waren ich nehme mal so zwei stecks jetzt erstmal mit das kann man reinschmeißen aber hier ist so das ganze zu klein ich so probieren wir das und nahrung nehme ich mir wieder mit so aber wir werden uns noch mal auf stream auf die suche machen wir wollen euch ja nicht die ganze zeit hier und suchen und nur und also so werden wir auf jeden fall noch da haben wir so wenig stein das machen wir dann aus dem so ist das ding jetzt schon wieder abgestürzt echt jetzt wir wollen sowieso jetzt gleich wenn ich mache hier noch schnell spinnenfäden nähen dabei lasse ich die fehler wenn du noch da dann haben meine zuschauer wenigstens noch ein bild und keinen schwarzen bildschirm okay so ich lege hier alles komplett aus ich hoffe dass das funktioniert hoffe ich auch weil wenn ich wäre ein bisschen blöd so da ist schon da kann man nicht da ist die truhe dann wäre das nämlich schon block höher das heute dann nicht hin da kann man nicht so glaube hier haben wir alles gut können wir da noch irgendwo nein das heißt da oben können wir noch so jawohl dann hier habe ich oben auch schon teilweise ja gut okay ich habe überall spinnenweben jetzt dran und ich hoffe mal dass mein plan funktioniert wenn ich wäre da konnte ich noch eins setzen so jawohl also ich habe jetzt überall fäden hier sollte eigentlich nix mehr spawnen können machen wir da auch mal fäden hin an der tür sollte ihn das überhaupt nein geht nicht können wir da nicht platzieren weil die tür direkt drin ist gut dort sollte sowieso nix waren okay ich sag bis zum nächsten mal und tschüss tschüss so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018